Ich lerne Deutsch. Nummer 14657 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Yoga ist meine tägliche Quelle für Entspannung und inneren Frieden. Yoga ist meine tägliche Quelle für Entspannung und inneren Frieden. Technologie schafft neue Formen der Kunst, von digitalen Gemälden bis hin zu interaktiven Installationen. Technologie schafft neue Formen der Kunst, von digitalen Gemälden bis hin zu interaktiven Installationen. Die jähzornige Art des Trainers führte zu Unruhe im Team. Die jähzornige Art des Trainers führte zu Unruhe im Team. Der Trainer wurde oft schnell wütend, was die Stimmung und Harmonie im Team beeinträchtigte. Nach dem Training haben wir immer Lust auf ein Selfie. Kannst du meine Muskeln sehen? Nach dem Training haben wir immer Lust auf ein Selfie. Nach dem Training haben wir immer Lust auf ein Selfie. Kannst du meine Muskeln sehen? Unser Sohn ist sehr hilfsbereit und bringt uns oft Dinge, die wir fallen lassen. Betont, dass der Sohn gerne hilft und Dinge zurückbringt, die heruntergefallen sind. Ich habe eine Erfindung gemacht und ein Patent angemeldet. Ich habe eine Erfindung gemacht und ein Patent angemeldet. Die Bücher sehen gebraucht aus. Die Bücher sehen gebraucht aus. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich habe eine Erfindung gemacht. Ich habe eine Erfindung gemacht. Ich habe eine Erfindung gemacht. Eine Erfindung gemacht. Ich habe eine Erfindung gemacht.